Orange-Schale ist für nichts mehr gut? Falsch gedacht, basteln Sie sich daraus doch einfach eine hübsche Duftkerze. Schneiden Sie zunächst die Orange in der Mitte etwas ein. Polen Sie nun die untere Hälfte ab. Wichtig dabei ist, dass nichts bricht. Auch der mittlere weiße Strung darf nicht brechen, die sogenannte Columella, weil die nachher unser Docht wird. So, das Ganze füllen wir jetzt mit Olivenöl auf, zünden den Docht an und schon ist die Kerze fertig. Die Bar uns auf einem neuen